Kommt Leute, sagt euren Freunden Bescheid. Jochen Graudens, 100 Punkte, Triple 20 jetzt, Tops, Tops, wird er doch machen, oder? Das wird er auf jeden Fall versuchen. Stellt sich. Da wäre ich recht. Ja, in Richtung Triple 20 gegangen, oder? Der Zweite war der drüber, oder? Ja, der drüber. So, aber jetzt zuerst Cello. Nochmals die Triple 20 für die Doppel 16. Wow, was für ein Finish! Wow, das könnte der Schlüsselmoment sein in diesem Final. Jochen verpasst. Ah, der Typ ist unglaublich. Das tut weh für Jochen jetzt.